Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Plays OnyGarLicht, die haben wir aufgehört, zwar nicht genau hier, wo ich jetzt gerade stand, aber hier haben wir aufgehört. Ich habe schon die Medaille geholt bis zu Old Garp, hier war ein großer Kampf, den habe ich nur beschlichtet, weil ich schon einmal wieder geschafft habe zu sterben und muss das Ganze von vorne beginnen und da hinten ist schon wieder ein großes, das gefällt mir nicht. Die Medaille habe ich mir geholt, indem ich die Würfel einfach dorthin gestellt habe, die habe ich mir geholt, indem ich einfach darauf gekrabbelt bin, ganz einfach. So, jetzt haben wir hier offen, weil ich den Würfel draufgestellt habe auf den Schalter und das aktiviert es uns. Gut, falls ihr euch jetzt fragt, wie habe ich den Strom wegbekommen auf der anderen Seite, wo der große Kampf war, war auch noch dieser Generator und den habe ich zerstört dort. Ganz einfach. Gut, äh... Oh, hier ist eine Medaille. Oh, sehr schön. Toll. Hier fährt mich. Was? Ich habe nicht einmal nach vorne gedrückt. Ich bin stehen geblieben und habe einfach nur einen Sprung gemacht. Okay. Dann werdet ihr es jetzt eh so oder so sehen, was ich zu tun habe. Nochmal. Die ganzen Gegner. Ja, und gegen die drei habe ich vorhin verloren. Weil die drei gleichzeitig ausgerastet sind mit sehr schönen Attacken. Boom. Da fliegt wieder ein Teil einfach so dagegen. Einfach weg hier mal. So. Aua. Aua. Schwier. Ich weiß, es zieht langweilig. Wow. Genau diese Attack habe ich gemeint. Das zieht mir sehr viel auf. Und einer, zwei down. Und dritter down. Halleluja. Meine Unleashed-Anzeige ist sogar wieder voll. Ah, komm her, Erfahrung. Sehr schön. Gut, ähm, hier ist noch ein Leben zu holen. Wie ich zum Glück bemerke, dass sie an sie ist. Weil sonst hätte ich jetzt wieder sehr viele Leben verloren. Weil die Gegner sind eigentlich wirklich nicht leicht. Einfach ein paar Ringe ansammeln. Und wir können den Würfel wieder draufstellen. Beeilung, 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 Beeilung. Und drauf wieder. So, wieder ein Klick machen. Damit er rauskommt. Ah, Kamera. So, und diesmal mache ich nicht wieder den Fehler. Oh, mein Fehler. Gut, die Medaille hatte ich auch schon, weil ich schon einmal da drin war. Und ich habe den Fehler irgendwie begangen und bin hier runtergeflogen. Und ich kann mich noch nicht mehr erinnern an, wo. Aber sicher nicht, weil ich war nicht wieder beim Zweiten. Naja, egal. Dann machen wir den nochmal schnell. Und ein drittes Mal. springen. Ja, ich kann springen. jahre 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 ok ich hoffe ok ich bin so ja ich höre den ring ich höre den ring ich höre das ziel guck die du oh bin ich happy hab ich hier noch irgendwas hab ich hier noch irgendwas nein ok ring halleluja ja doch gar nicht so schlecht für 25 minuten ok hat man wohl hoffentlich auch gemerkt dass das 25 minuten auch noch die leben dann einmal technik genau das war die die ich hatte aber wieder weg war auf hier das wird sich sicher nicht vermeiden lassen dass ich mein schild verwenden muss deswegen werde ich das auch ein bisschen hochleveln Ja, schaut sehr ausbalanciert aus im Moment. Aber ich hau noch auf Leben was drauf. Ich kann mir sicher was denken, dass der letzte Boss unauswächliche Angriffe hat. Dann brauche ich ein Schild. Und dann habe ich irgendwann kein Schild mehr und muss das irgendwie überleben. Und deswegen brauche ich genug leben. Blablabla. Ach, gut. Und nun? Warte, will ich ein Foto von dir schießen? Hey, ihr sollt ein tolles Flugzeug haben, das euch überall hinbringt. Ich habe Angst. Weg, 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 weg. Laden der Träume. Hm, Hamburger. Wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt schon Hunger. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe richtig Hunger. 30 Erfahrungen. Wie ist damit? Wie viel ist eigentlich 30 Erfahrungen? Och. 30% sozusagen. Dann kaufe ich mir hier gerne noch mehr Erfahrung. Chill dog. Chili dog. Creme mit Zwischenzweig. Was bringen hier? Macht sücht. Kekse. Gibt es hier keine Gurken? Ich kaufe einfach noch 5 Burger. Ja, Burger. Mal schauen, wie voll sich Sonic fressen kann. Ich bin selbst in dieser Zeit. Auch eine Methode, sich Erfahrungspunkte zu holen. Nun, 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 nun. Ja, so geht es natürlich auch. Nachdem. Ach, ich war zu gemein. Ich hab den ganzen Haus noch nichts gegeben. So, komm wieder, Bruder. Mein Bruder. So, Chip kriegt auch einmal was. Das ist ein Hamburger. Brot, Fleisch und Gemüse. Das ist endlich für ein. He, he. Ich freue mich, dass ich... Wieso kann ich das nicht kaputt machen? Wieso kann ich das nicht... Ah, ich kann nichts kaputt machen. Hydrant geht auch nicht kaputt. Okay, egal. Ich hab nämlich jetzt das Gefühl, ich könnte eine Tagmission machen, aber ich möchte irgendwie noch keine Tagmission machen. Oh, Medaille, Medaille. Ich hab irgendwie Lust, das böse in den Menschen zu suchen. Kann ich nicht anrennen? Ah, dich kann ich anrennen. Ich höre nur der Tarn-Schwarze-Monster noch mal. Oh, genau. Oh man, das war's. Du bist böse. Die Jungs sind gar nicht mehr zur Schule. Du bist glücklich. Das ist läso. Du bist glücklich. Es ist glücklich. 3 plus 3 ist 6. Friste aus. und es kommt ja 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 nipps hey dude dude whoa well awesome Oh, 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 von wo kommt der Große? Oder wenn ich es mir recht überlege, der Große ist gut. Aua Aua Ich brauch mehr Platz zum Kämpfen Was? Wieso sind die wieder voll? Na dann Oh, irgendwer heilt hier Du heilst Oh, ich bin gerade auf seiner Keule hochgesprungen Wo ist der Magie jetzt? Habe ich den Magie jetzt bezieht? Da, 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 da Schöner werden Au Wie der auf mich zielt denn Komm Oh, endlich Geht doch Ja Aua Aua Mann Kann ich hier nichts kaputt machen Egal, das schaffe ich, das schaffe ich Oh Mann Ich hab schon Geht nicht gegen euch Was, zwei Gegner leben noch? Nein Irgendwo höre ich dich Okay Jetzt bist du Wow Schockwelle geht bis hier nach unten Toll Okay 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 Nein Au Au Vaddam Komm Och Ja Das ist Brauch Wern Komm 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 Das wird knapp Einmal noch Nein You fail Na dann Ich werd's nochmal probieren Bis zum nächsten Mal Leute